ja, wieso gehst du da auch raus hier, Arma, in der Nacht? Weil du raus bist! Ich bin noch nicht raus, ich bin kurz runter, ich bin noch im Turm! Am Himmelsweh! Hallo, mein Graf-Freunde! Weiter geht's in Project Ozone 2! Was ich jetzt erstmal brauche, ist auf jeden Fall eine Hole. Das heißt, ich brauche Holz da. Eine Hole. Ja. Ich wollte jetzt den hier öffnen. So, ähm... Warte mal. Will jemand zuschauen? Äh, ich hab da auch noch... Ja, wollen wir aber dazu nicht raus. Oh, ich hab's mal ragt, ich hab's mal ragt. Mithers, wir gehen jetzt erstmal runter. Ja, warte doch mal, lass mich doch mal hier so ein bisschen Zeug in Sicherheit bringen. So, äh, das können wir auch da rein tun. Und außerdem will ich, äh... Darf ich los? Hat jemand Steine von euch? Hat jemand Steine von euch? Ja, um... Vielleicht irgendwo, aber Mithers... Mithers, ist egal, du hast da alles weg und komm her. Jetzt warte doch mal, lass mich doch bitte das eine noch machen hier. Oh, ich will das Ding aufmachen, Mithers. Ja, ich komm mal, ich komm, ich bin... Warte, ich bin schon fast unterwegs hier. Ich hab jetzt nur erstmal so eine hochgemacht. Mithers, 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 Mithers. Bin ich da? Selbst das auch will, dass du kommst. Gut, dann mach mal. Ach, das Teil, genau. Ähm... Davi, das musst du nicht abbauen. Okay. Ähm... Angst? Gib mir irgendwas Schönes. Tableflip? Ahahahahaha. Ahahahahaha. Oh, ein Meme. Er hat ein Meme bekommen. Irgendwas drunter? Nee. Nee. Dieses... Kennst du das nicht? Dieses... Tableflip... Ding? Nein, kenn ich nicht. Es war im, äh... Serverjet. Serverlog? Keine Ahnung, halt. Da unten gestanden. Schön. Kann ich jetzt wieder meine Güste noch anziehen? Ich hab hier eine Treppe eingesammelt. So, und ich werde jetzt erstmal sehen, dass ich hier die Melone anpflanze. Irgendwas wollte ich doch machen heute. Äh, ach, hier geht nicht. Nicht? Schön wie hier heute. Also ich wollte es nicht auf andere Erde. Also ich wollte dieses Buch weitermachen, dass wir weiter... Auf andere Erde. Das geht hier sonst nicht. So, ähm... Ein meteorischer Kompass? Weißt du, das gibt's auch? In Hamburg auch schon. Ist hier... Moment. Wo ist denn mein Buch? Ach, das ist Mittwurz. Mann. Geh da noch mit mir mein Zeug wiederholen, bitte. Äh... Oh, jetzt warte mal. Ich will erstmal gucken, dass ich hier so ein bisschen was anpflanze. So essenstechnisch. Was konntest du nochmal? Du warst doch... Ach ja, du warst auch noch. Genau. So. So hier. Ach, die Steine haben wir auch. So kann ich das hier nicht anpflanzen? Geht das nicht? Welcher Depp hat denn die... Hat denn die Büsche zwei dick gepflanzt hier? Äh, Leute, wieso kann ich keine... Keine, äh... Dings... Melonenkerne ansamm... Äh... Anpflanzen? Ist es überhaupt richtige Erde, die drunter ist? Ja. Ich bekomme die ganze Zeit Esperenschleim. Ach so, weil da Wasser... Weil da muss glaube ich Wasser daneben sein, oder? Da wäre noch Schirchen... Wäre mir aber neu. Wie ist es mal? Äh... So, machen wir das mal so. Ja, genau. Die hatte ich. Und... Nö. Ich wollte jetzt schauen... Das ist kein Wasser. Gut, äh... Wenn das jetzt funktioniert, dann ist es geil. Warte, warte, warte. Ähm... Gehe ich einfach mal nach unten. Davi, du musst mir noch helfen. Ja, wo denn? Wo bist du gestorben? Ach so, ich habe jetzt gar keine... Gar keine Dings mehr. Äh... Erst mal gucken, was da drin ist. Ich muss mal gucken, wo das hier unten ist. Ich sehe das ja nicht. Oh, das könnten wir zum Beispiel anpflanzen, aber das will ich jetzt gerade da nicht anpflanzen. Das ist der vierte, zwölfte, ne? Auch nochmal... Äh... Da hinten. Ja. Die Richtung. Dann möchte ich mir mal hier so ein bisschen Holz... So. Diese Richtung. Okay. Diese Richtung. Diese Richtung. Angriffsschaden machen das Ding eigentlich vier. Ja, doch noch ein... Nicht mich! Was? Ich will dich gar nicht ahnen. So, was macht ihr denn da? Wither! Ach! Wither? Was? Schon wieder? Das ist der eine noch. Ja! Viel Spaß, Jama! Nee, du musst mit, bitte! Ne! Da hinten ist mein Zeug! Okay, Wither ist jetzt wieder weg, die Schrift. Welches hat die Spawn? Ey. Irgendwie die... Das heißt, äh... Ich habe jetzt wieder ein bisschen Holz, dann kann ich hier... Was ist das denn für ein Zeug? Schau mal an der Workbench hier unten. Oh, dicht um das Diamant-Eart! Das ist ein Dings-Ohr. Kann ich nur leider nicht abbauen. Da hinten ist doch Wasser. Mining-Level-Restore. Einfach mal... In die Richtung. Kohle? Ich... Nein. Genau, hier. Kann ich nicht abbauen. Ist das da hinten eine Dungeon? Kann doch ja sein. Wir haben eine Dungeon gefunden. Ja, warte. Da komme ich auch gleich hin. Aber ich will erst mal... Vielleicht... Vielleicht nur ein bisschen tödlich. Erstmal was machen. Tödlich? Ich gucke mal kurz dran vorbei. Tödlich ist nicht gut. Das sieht aus wie dieses Schloss, was wir mal hatten, als wir in der ersten Staffel. Das können wir machen. Dann probiere ich jetzt mal das hier. Wie, wie, wie konnte man hier gucken, ob der Boden echt war? Einfach mal einen abbauen. Geh mal kurz weg, hier haben wir, dann baue ich einen ab. Da. Okay. Also, ich kann es auch nicht neben Wasser anpflanzen. Das geht nicht. Boden schaut gut aus. So kann ich hier keine... Bist du denn feines... Äh, Büchergegale. Oh, in der Regen bin schöner. Duffy, nimm mal das Ding mit. Also, ich kann hier keinen Dings anpflanzen. Da hat er irgendwie so klack, klack gemacht. Ich habe Angst. Heute? Oh. Was haben wir da noch? Duffy, hier ist an der Wand. Das ist eine Pressureplate und hier ist... So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo war nochmal das... Äh, doch eben irgendwo runter. War nochmal das... Genau, das ist unsere Insel. Äh, Duffy? Ja? Du solltest nichts mit mir hoch. Oh, warte mal, da ist Essen. Aber ich habe die Spitzhacke und ich kann Sachen abbauen. Und hier oben ist eh nichts. Du solltest trotzdem nicht gleichzeitig mit mir irgendwo hoch. Da war eh nichts. So. Da hinten muss das... Duffy, hier ist übrigens... Nimm mal diesen Dispenser ja mit. AeroTrap. Au. Ja, wie läuft es da unterzwischen? Hier ist noch einer. Äh, kann mir einer nochmal sagen, wo es nach Hause geht? Oh. Ich glaube hier, ne? Hä? Kann ich dich immer wieder abbauen? Oh, was habe ich denn da? Ne legendäre, äh, Lootbag. Warte mal. Darf ich? Was? Ich glaube, wir sind hier im Moment selbst am sichersten. Ah, ich gehe wieder da rauf. So. Moment, da ist noch... Ne, das... Du bist noch mal... Äh, ja, da... Das Ding ist ja krass. Ich finde es gemein, wie sie mich... Das sind Creeper, die aus dem ich abgesehen haben. Oder nehme ich mir mal... Viel Spaß. Aber, 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 ey. Hilfe. Ich habe leider nichts zu essen dabei. Ich schon, aber vielleicht nicht mehr. Ja, einen Beruf habe ich. Theoretisch in der Workbench war hier nirgendwo gestanden, oder? Nein. Äh, wieso kriege ich denn hier jetzt alles so Zeug? Äh, wie... Was für Zeug? Naja, so Lootbags. Was machst du? Ich habe noch Obsidian fünf Stück gekriegt, jetzt aus so einem Lootbag. Was denn? Wo bist du hin? Äh, nach unten, tschüss. Aber... Nein, darf ich... Wo bist du? Ähm... Ich bin doch hinter dir. Jetzt das mal... Das sei vor mir. Ja, wieso gehst du da auch raus, Jammer, in der Nacht? Weil du raus bist. Ich bin doch nicht raus, ich bin kurz runter, ich bin noch im Turm. Am Himmels Willen. Was ich... Jammer will ich euch nicht. Was habt ihr denn für Probleme? Okay, wie, wie, wie kann man sich gegen diese Cancina-Dinger werfen? Ähm... Keine Ahnung. Ähm, schlecht, gar nicht. So, ich bin wieder oben. Ja, schön, jetzt stehe ich hier. So, okay. Soll ich riskieren? Viel Spaß da unten, ne? Was hast du denn zu gewinnen? Was habe ich zu verlieren? Also, außer aus den Items, die ich dabei habe. Nein, nein, nicht was du zu verlieren hast, sondern was du zu gewinnen hast. Aber, wieder Lootback? Ähm... Guck mal. Guck mal. Die Spitzhacke gerade gab. Dann seid ihr jetzt noch was? Ab und zu kommt dann nämlich ein Geist und der kämpft dann auch noch etwas. Na toll. Können wir noch auf einmal essen? Okay. Gut. Ähm... Weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Was denn? Äh, alle auf einmal zu essen, obwohl man eigentlich satt ist. Ne, ne, du kriegst ja dann diese Extra-Leben da. Äh, dieses Extra-Anti-Hungerzeug. Ähm... Dann irgendwann später. So, äh, also... Melonenkerne können wir nicht anpflanzen und ich weiß nicht wieso. Also, irgendeine Mod verhindert das. Hebel für Tier... Tier-1-Turm-Basis. Na gut, machen wir auch da. Äh, Obsidian. Hatte ich da auch hier irgendwo da. Haben wir schon elf Obsidian. Wundervoll. Ne, da kann man schneller. Ne, haben wir auch. Ähm... Die letzten, die mache ich auch mal da rein. Potatoseeds. Ach, da sind die zwei. Bündchen, Gescheile. Ähm... Kies, da ist Kies. Das da will ich. Wie heißt das? Kies, 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 Kies. Äh, Daffi, Daffi, wo bist du? Ich stehe auf dem Ding hier und hau Kies durch. Hier, hier, nimm mal Rüstungsteil. Yay, danke. Also, das ist Harnisch. Mhm. Ähm... Das mache ich auch mal da rein. Äh... Eigentlich wollte ich Eiche suchen. Um Himmels Willen. Eiche? Richtig, Eiche. Eiche. Ähm... Eiche. Eiche. Warum setzen ich... Immer schön Kies durchhauen. Ach so. Ähm... Ähm... Wir brauchen unbedingt... Wir brauchen unbedingt ganz viele von Infinity Ingots. Die werden wir nie kriegen, weil wir dafür so viel Zeug brauchen. Geht das überhaupt? So. Gut. Dann setze ich uns noch so, so... Äh... Kirschbäume hin. Irgendwo. Hm. Mach mal hier mal. Wir brauchen wesentlich mehr Kies. Okay. Ja, dann... Hol dir mal Kies. Was brauchst du? Kies? So, das packen wir da noch. Da bekommen wir Eisen und das ganze Zeug. Als Kies? Ja. Ähm... Leute... Also, ich setze jetzt hier keine normalen Bäume hin. Bitte nicht abhauen die Bäume hinterher. Da wachsen... Kirschen dran. Okay. Äh... Ja, reicht aber nicht wirklich für alle. Aber zum Kirschbaum... Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Jedes Mal nicht genug Essen. Mach die Kirschbäume unten hin. Die nehmen hier oben viel zu viel Platz weg. Aluminium... Die machen doch auch nur alle paar Tage eine Kirsche. Sind jetzt unsere Öfen. Fäßchen unten hin. Aber ich hab hier Lillisitz hingemacht, ne? Mhm. So. Jetzt haben wir hier sieben Eisen. Das wäre zumindest nützlich. So, und ich werd mal gucken, dass ich noch ein bisschen Erde auch unten kriege. Haben wir noch irgendwo Kohle? Äh... Aber nicht, wenn der... Ah... Äh... Da ist ein Creeper. Wo? Mir, das wär ein Blutmond. Ich steh' warten. Ah... Ähm... Ja. Genau. Äh... Ach, dann können wir auch nicht schlafen, ne? Nee, eben nicht. Das ist ja das Problem. Das ist echt hart. Also, ich hasse Blutmond. So, dann ist das hier mal die... Nein, ist es nicht. Ich hau' hier mal die Ärzte noch mit rein. Waren jetzt, äh... Nee, warte mal. Eigentlich... Ähm... Sticks. Wo harte ich denn die Sitzlinge her? Da. Genau. Das sind Sticks. Dann mach' ich mir hier raus noch nen Hammer und hol' noch ein bisschen Gravel. Äh... Wupp, wupp. Es gibt ein Blutmond-Sensor. Jo. Was machen? Äh, was? Ein Blutmond-Sensor? Mhm. Äh, wozu soll der gut sein? Ja, wenn Blutmond ist, gibt der Redstone-Signal. Ja, ich kann ja eigentlich auch mal wieder gucken, was wir hier so nächste Quest machen können. Was hab' ich denn hier? Ich hab' gebrochenes Eisenerz. So, was haben wir denn hier? Er hat gebrochenes Eisenerz. Äh, Lava. Äh, was brauchen wir da? Kannst du den Eisen... Haben wir Ton? Nein, äh, vielleicht ein bisschen. Ich hatte mal welches. Keine Ahnung, wo das denn ist. Sieben Eisen! Ah, da ist Ton. Super! Was denn? Ähm... Also, Eisen! Jetzt! Gut. Äh, okay. Ah, da muss ich noch was machen. Äh, Porzellan-Kley und... Hey, das macht ja Spaß. Hm. Ähm... Ähm... Ich weiß, das Ganze gerade in Methos-Inventar. T-O-R... Warte, war das mit C? Ja. Ja, hier gibt's, bekomm ich was. Da brauche ich... Äh, Ton und Knochenmehl. Okay. Knochenmehl. Wir haben doch... Ich hab doch... Da hab ich... So. Wenn wir beide drauf rumklicken, macht's schneller, Duffy. Oder vergrundes noch so. Wir brauchen McRevels. Warte, die Spaß. Was hab ich denn jetzt? Hier schon alles. Ich hab Eisen, Zinn, Kupfer, Aluminium. Ja, ich hab auch irgendwelchen... Quatsch. So. Oh, ich hab'n Loot-Pack. Also. Oh. Oh. Oh, da ist noch... Gut, das heißt, ich hab' jetzt hier... Das ist mit dem... Schau. Wollen wir denn da noch alles durchtun? Ich brauch' sieben. Da fällt mir was an. Duffy, was kann man noch alles durchtun? Äh, du kannst noch Sand und das durchlaufen lassen. Sonst nicht, Leute? Nö. Und Erde halt noch. Aber das weißt du ja. Wo ist denn jetzt das ganze Eisen hin, was ich hatte? Achmetus, wolltest du nicht erdrehen? Äh, ich brauch' noch Knochenmehl. Wir haben schon so'n Eisenpäcksel. Oh. 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 Guten Tag. Haben wir irgendwo noch Knochen- oder Knochenmehl? Was ist denn ein Päcksel? Da. Ähm, das ist Spitzhacke, Schaufel und Axt zusammen. Also. Geht es jetzt noch ein ganzes Deck Erde? Warte, jetzt, die Erde mach' ich später. Ähm, jetzt brauch' ich erst mal, warte mal, ich muss grad' gucken. Äh, genau. Das war doch noch so'n billiger, halb kaputte Spitzhacke. Ah, genau. Da hat er keinen Ende. Nein, nicht P-E-I. P-E-I. So, äh. So, dann schau' ich mal kurz, dass ich mein Zeug zurückgekommen habe. Hab' ich das falsch geschrieben? Achso, mit C. Gut. Ähm, dann ist das der Fehler. Dafür bringst du mir meins mit. Äh, sieh, sieh, sieh. Sagen wir's doch. Äh. Heißt, äh, den da brauch' ich. Okay. Ah, eigentlich ganz simpel. So, Werkbank. Bank. Bank da. So, machen wir das Ganze so. Wieso hör' ich hier so extrem Wasser? Ich hab' noch'n Loot-Back. Okay, dann. Oh, ein Eisenhelm und Metas. Ich habe, was ist das denn? Au. Achso, jetzt möcht' ich noch backen. Äh, haben wir hier einen Ofen? Da. Äh, ist da was drin? Ah. Sollte nicht direkt auf Wizard zu laufen? Ne, ne, sollte stimmt. Ich weiß ja nicht, ob du an deinem Leben was hängt. Aber. Es ist auf jeden Fall ungünstig. Geht? Hm, da hinten bin ich gestorben. Hm. Es ist wieder die Wursachschrift da. Geh' doch mal weg. Danke. Okay. So. Jetzt gucken wir noch mal. Jawoll. Jetzt. Äh, da. Ich hab' wieder ne Quest erfüllt. Welche? Die 11.16. Amulett auf Cross. Was heißt das denn? Äh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaub' ich latsche so ein bisschen falsch. Gehört das denn hier hin? Guck mal das irgendwo hin. Oh, da ist Laber. Telefon. Oh, wir sollten vielleicht in der nächsten Folge weitermachen. Was? Äh, ja. Wird wohl gerade erst 20 Minuten haben? Ich weiß nicht, was ich mit dem Amulett machen soll. Es steht doch da mal, was das macht. Äh, ja, äh, Amulett auf Cross. Also, aber das steht nicht, wo ich das anlegen muss. Ja, im Inventar halten. Nein. Einfach nur im Inventar halten? Ja. Also, wenn du es benutzen willst, in der Hand. Da steht Baublessius. Ja, wenn du es benutzen willst, in der Hand halten. Okay. Vielleicht bin ich wieder daheim. Denk ich, hoffe ich. Ach, Schleim. Äh, irgendwas mit 1002. Keine Ahnung. Oh, ich hab' zwei Chance Cubes, die aussehen wie... Zwei Chance Cubes? Nicht jetzt? Und? Ich hab' zwei Chance Cubes, die sind auch geschenkt. Ja, wir machen den dann weiter in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Dann machen wir die Dinge aus. Tschüss.